Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Randall's Monday. Ja, so, in der letzten Folge haben wir versucht hier in Mortimars Zimmer reinzukommen, weil Mortimer sitzt nämlich auf der Sci-Fi-Con als Chewbacca, aber der Tür fehlt eine Türklinke. Kommt mal in die Zeitung. Matt ist auf dem Titel. Wird langsam traurige Gewohnheit. Ja, das stimmt allerdings. Vollidiot, friert sich selbst ein. Skandal auf der Dr. Fred Addison Street. Ja, die Nachricht von heute, schon heute. Choose a fucking big television. Ja. Okay, ich möchte hier gerne wieder raus. So, ja, irgendwie keine Ahnung. Ich habe so das leise Gefühl, dass wir auf jeden Fall nochmal zum Psychiater müssen. Da sind wir irgendwie nicht reingekommen. Und mich beschleicht das leise Gefühl, dass wir auf jeden Fall zum Psychiater irgendwie reinkommen müssen. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Also, nochmal zurück. Zum Psychiater. Tja. Und dann wechseln wir nochmal ein paar Worte mit. Alan! So, wo war denn das nochmal? War das dann bei der Sci-Fi-Con? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war bei der Sci-Fi-Con. War das nicht hier bei der Sci-Fi-Con? Nee. Ach, Quatsch. Das war im Comic-Laden. Das war im Comic-Laden. Ja, ja, das war im Comic-Laden. Komm ich jetzt zurück zu den Bahnladen? U-Bahn. Ja, U-Bahn. Randall, geht zu U-Bahn. Ach hier, Psychiaterpraxis. Da steht's noch. Randall, Mensch, denke mal nach. Okay, wir probieren nochmal unser Glück. Ich glaube, mit dem habe ich schon alles versucht. Alan! Verzeihung, ich bin gerade sehr beschäftigt. Also entschuldigen Sie mich. Alan! Alan! So, kaputte Wählscheibe. Das Ding haben wir kaputt gemacht, ne? Aber wir haben, wir haben keinen... Alter, wir haben keinen Knopf gefunden. Ähm, oder haben wir einen Knopf eingesammelt? Nee, haben wir nicht. Alan! So. Wir haben aber auch nichts, womit wir das bedienen könnten, ne? Alan! Kaputter Dietrich. Es passt nicht. Ich glaube, mein Dietrich hat ausgedeckt. Alan! Das passt nicht. Alan! Oh ja, das war ne super Idee. So. Und jetzt? Hallo nochmal, Alan. Verzeihung, sprechen Sie mit mir? Mein Name ist nämlich Robert. Ähm. Sicher? Ziemlich sicher, ja. Okay. Alan! Ach, guck mal. Ja. Schön, dich kennenzulernen, Robert. Könnte ich vor dir zum Doc? Machen Sie Witze? Sie wollen, dass ich meinen Platz in der Reihe einfach so aufgebe? Als wenn der Ärger mit diesem Alan nicht genug wäre. Tut mir leid, mein Freund. Keine Chance. Also, dieser Alan ruiniert dein Leben, ja? Ganz genau. Ich kann gar nicht mehr vor die Tür. Alle starren mich an und beleidigen mich. Naja. Ich glaube, das liegt an deinen Klamotten. Hey. Ganz vorsichtig, Freundchen. Und da ist noch was. Gestern habe ich eine beeindruckend große tote Schildkröte auf meinem Nachttisch gefunden, genau da, wo vorher mein Globus stand. Ich glaube, Alan wollte mir damit irgendeine Art Botschaft vermitteln. Okay. Hm. Ja, er heißt also offensichtlich nicht mehr Alan. Dann schauen wir mal, was Robert uns sozusagen hat. Also, dein Name ist nicht mehr Alan? Ah, verflucht. Was? Sie sind nicht der Erste, der mir das erzählt. Scheinbar ist da ein Kerl namens Alan, der genau wie ich aussieht. Und ich sage Ihnen, der versaut mir richtig das Leben. Was meinst du damit? Naja, wissen Sie, ich glaube, der Dreckskerl sieht genauso aus wie ich. Trägt dieselbe Kleidung. Die Leute verwechseln mich mit ihm. Sie geben mir die Schuld für das, was er anstellt. Und jetzt riecht mein Keller wie Scheiße und ich weiß nicht mal warum. Hm. Faszinierend. Ciao, Robert. Ja, wie auch immer. Tschüss. Nein, nein. Sekunde mal. Ähm. Ja, was denn? Es ist nur jetzt, wo ich darüber nachdenke. Ich habe das Gefühl, Sie kennen diesen Alan. Wünscht es wäre nicht so, aber ja. Und? Ich brauche Sie, um diesem Kerl eine Falle zu stellen. Im Ernst? Scheiße, ja! Dieser Bastard macht mir das Leben zur Hölle. Und das werde ich nicht länger hinnehmen. Wussten Sie, dass er meinen Kanarienvogel entführt hat? Woher zum Geier soll ich das wissen? Und überhaupt, woher weißt du das? Hat er dir einen Erpresserbrief da gelassen, oder was? Nein, aber ich weiß, dass das Arschloch bei mir einbricht, wenn ich nicht da bin. Einmal habe ich meine Post auf dem Tisch gefunden und irgendwer hat meine Strom- und Wasserrechnungen mit Checks bezahlt. Unterschrieben von... Raten Sie mal. Genau von diesem Alan. Großer Gott! Du willst mir also sagen, dass dieser Wichser deine Rechnung bezahlt? Wir müssen das Monster aufhalten! Glauben Sie, das ist so eine Art Scherz? Er hat Columbus heute Morgen entführt. Ich hoffe, das ist der Kanarienvogel, weil wenn du dein Kind Columbus genannt hast, ist dieses Gespräch beendet. Natürlich geht es um meinen Vogel. Das sagte ich doch. Er ist wirklich alt. Und er singt kaum noch. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, also was die Falle angeht, hast du einen Plan? Naja, ich habe ihn noch nicht ausgearbeitet, aber ich lasse mir was einfallen. Immerhin bin ich schlauer als dir. Sicher bist du das. Bleiben Sie in der Nähe, okay? Klar, mache ich. Na klar, mein Freund. Das reicht mir jetzt erstmal. Okay, das heißt, wir müssen nochmal an der Gabel drehen. Alan! Alan! Das ist so geil. Äh, Alan? Ja? Ähm. Okay, was nehmen wir denn? Ähm, Lauf! Ach, ich kann das einfach nicht. Robert ist hinter dir her, Lauf! Wer? Der Besitzer des Vogels, den du entführt hast. Hey! Wenn das ein Witz ist, war der nicht sehr lustig. Alter, das ist kein Witz. Dein anderes Ich heißt Robert und der hat dich satt. Versteh doch. Du hast deinen Kanarienvogel entführt. Und was die Sache noch schlimmer macht, der heißt Columbus. Mein anderes Ich heißt... Robert? Das erklärt einiges. Wie zum Beispiel das Tattoo auf meinem... Naja, mein Tattoo. Aber ich habe keinen Vogel entführt. Alan! Im Gegenteil. Ich reinige diese Welt. Also, weißt du, die Welt reinigen klingt sehr zweifelhaft. Pass auf! Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich bemerkt, dass wie immer jemand bei mir eingebrochen ist und alles total verwüstet hat. Und dann sah ich den... den... Wen? Den verdammten Echsen Illuminaten. Ich musste ihn fertig machen. Oh Gott, jetzt hoffe ich wirklich, dass es um den Vogel geht. Vogel? So sehr Sie auch versuchen, Ihre DNA zu verändern, damit Sie wie normale Vögel aussehen, mich legen Sie nicht rein. Selbst wenn Sie in Käfigen stecken. Alan! Nein? Nein, mich legen Sie nicht rein. Verstehe. Weißt du es etwa nicht? Sie beobachten uns. Die Kanarienvögel? Alle Vögel verbreiten sich über die ganze Stadt. Wie ein Virus. Und in Wahrheit sind Sie getarmte Aliens, die den Planeten übernehmen wollen. Hey, du sagtest doch, wir leben gar nicht mehr auf einem Planeten. Tut mir leid. Ich habe gerade einfach zu viel im Kopf. Alan! Was ich meinte ist, dass diese Aliens versuchen, unsere Sternenschildkröte zu übernehmen. Okay. Nur fürs Protokoll. Hast du Kolumbus umgelegt? Wen? Den Vogel. Ich musste es tun. Er hat mich seltsam angesehen. Und ich habe es dir doch erklärt. Er ist kein Kanarienvogel gewesen. Okay. Und was hast du mit der Leiche gemacht? Weggeworfen. War doch nur ein blöder Vogel. Aber du sagtest doch gerade, er war kein... Ach, scheiß drauf. Rede weiter. Naja, das war es eigentlich. Alan! Ich habe ihn einfach weggeworfen. Diese Bastarde verdienen kein anständiges Begräbnis. Ja, natürlich nicht. Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich frage einfach mal weiter. Wie lange beobachten uns die Vögel eigentlich schon? Das sind keine Vögel. Das sind extraterrestrische Wesen, die die Form harmloser Tiere angenommen haben, damit wir sie nicht verdächtigen. Sie sehen alles. Und das schon seit Urzeiten. Und diktieren uns, wie wir leben sollen. Ich weiß. Du glaubst mir nicht. Ich glaube nur an das fliegende Spaghetti-Monster. Ja, das fliegende Spaghetti-Monster, genau. Naja, erzähl mir doch mal mehr von diesen Illuminati. Ja? Tja, das ist ein etwas düsteres Thema. Wirklich? Sehr ironisch. Ironisch? Ja, verstehst schon. Die Illuminati, düsteres Thema. Muss ich jetzt wirklich erklären. Alan! Alan! Wusstest du, dass da draußen jemand ist, der dich echt nicht leiden kann? Und jetzt kommt der Part, wo du mir sagst, dass dieser jemand du bist, oder? Das war eigentlich nicht der Plan, aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, ich mag dich nicht besonders. Dachte ich mir. Naja, du musst verstehen. Sieh du nur mal deine Klamotten an. Ist ja gut. Mir doch egal, ob du mich magst. Alan! Alan! Okay, ich drehe nochmal an der Gabel. So, da ist er wieder, der Robert. Ähm, Robert? Ja? Oh Gott sei Dank. Für einen Moment dachte ich, du sagst sowas wie, mein Name ist Justin oder sowas. Wovon zur Hölle reden Sie? Ist schon gut. Okay, wir wissen ja ein bisschen was über was mit dem Vogel passiert ist. Ich weiß vielleicht mehr über deinen Vogel. Columbus? Was? Hast du etwa noch mehr Kanarienvögel mit komischen Namen? Nein, hab ich verdammt nochmal nicht. Naja, ich glaube, ich weiß, was mit deinem guten alten Columbus passiert ist. Ist ernst, also sag ich's gleich, wie's ist. Er wurde ermordet. Ermordet? Äh, wie? Hm, naja, wie soll ich sagen? Das ist alles etwas verworren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Tja, erstmal war es nicht irgendjemand. Es war Alan. Motherfucker. Alan. Wieder dieser Alan. Das war's. Wenn der Wichser Krieg will, soll er ihn haben. So, so gern ich da auch zusehen würde, wir, wir sollten nichts übereilen. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass er weiß, dass Alan ein Teil von dir ist. Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass Alan vielleicht ein Teil von dir ist? Was? So wie in siamesischer Zwilling oder so? Ähm, nicht wirklich. Weißt du, was Persönlichkeitsstörung bedeutet? Natürlich. Deswegen bin ich doch eigentlich hier. Was? Ja, die Leute sagen, ich hätte eine Persönlichkeitsstörung. Und du meinst nicht, das würde alles erklären? Ähm, eigentlich nicht. Was genau meinen sie? Ich meine Alan verfickt nochmal. Siehst du nicht, dass alles Schlechte, das dir passiert, mit Alan zusammenhängt? Kapierst du nicht, dass das der Grund ist, wieso du ihn nie erwischst, wenn er einbricht? Und warum er so wie du aussieht und sich genauso anzieht? Fuck, Robert! Du bist Alan. Mach ehrlich, wie kann dir das nicht auffallen? Oh, ha, der war gut. Sie haben eine tolle Vorstellungskraft, mein Freund. Da könnten Sie einen scheiß Film draus machen aus der Geschichte. Okay, was auch immer. Alan! Ich muss mal los. Na denn. So, ich drehe nochmal eine Gabel. Alan! Da bin ich wieder. Großartig! Alan! Ich hätte ja gern die Leiche von dem Alien gesehen. Ja, das ist super. Ich hätte ja echt gern die Leiche von dem Alien gesehen. Willst du das immer noch? Was? Du weißt schon. Willst du das Reptil immer noch sehen? Ich dachte, du wärst die Leiche losgeworden. Stimmt. Aber. Was, wenn ich ein Foto mit meinem Handy gemacht hätte? Für mein abgeschlachtete Aliens-Album. Echt? Du machst Fotos von den Leichen? Immer. Ich muss das meinen Freunden auf everythingisalienletskillthemall.org doch auch beweisen können. Sag mir bitte, dass du auch mit auf dem Foto bist. Na klar! Sonst würde mir doch keiner glauben, dass ich die Aliens umgelegt habe. Faszinierend. Okay. Wir fragen trotzdem mal weiter. Was wirst du dem Doc erzählen? Naja. Ich werde über meine psychischen Probleme mit ihm reden. Und ihm sagen, dass wenn er mir nicht hilft, ich das ganze Gebäude in die Luft jagen werde. Alan! Gut. Das will ich auch. Äh. Okay. Wir müssen wahrscheinlich schon mal an der Gabel drehen. Alles klar. Bin da mal weg. Folge! Immer! Deinem Herz. Alan! Alan! Jetzt ist wieder Roberts time. Komm her, Robert. Hey. Ach, scheiße, Mann. Es kommt mir so vor, als wären Sie in der letzten Zeit der Einzige, mit dem man reden kann. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Äh. 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 Nein, danke. Nein, danke. Komm schon, Robert. Ich klau dir den Telefon schon nicht. Ich will dir nur was zeigen. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu telefonieren. Sonst nichts. Ja, hm. Hat es denn eine Kamera? Äh. Ja, aber um ehrlich zu sein, wenn ich Bilder machen will, nehme ich lieber eine echte Kamera. Tja. Äh. Äh. Sparen Sie sich das. Ich werde Ihnen sicher nicht mein Scheiß-Telefon geben, damit Sie ein Bild von Ihrem Arsch machen können oder sowas. Hm. Das wär's dann mit Planbarkeit. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Mein Akku ist alle. Oh. Na gut, wenn es ein Notfall ist, ist das wohl kein Problem. Äh. Lassen Sie es halt heil. Das wird wohl für Sie sein. Keine Ahnung, wovon du redest. Oh, 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 das? Nein. Nein, nein, nein. Das Handy gehört meiner Schwester. Ich... Ich hab wohl das Falsche mitgenommen. Jetzt gehen Sie schon ran. Das ist ja peinlich. Ah. Okay. Erwischt. Und das geb ich nicht gern zu. Schon gar nicht gegenüber jemandem, der so angezogen ist. Hallo? Sind Sie mit Ihrem gegenwärtigen Anbieter zufrieden? Ach, guten Tag, menschlicher Abschaum. Wer war das? Also, wenn ich fragen darf. Dein Stylist. Ha! Sehr lustig. Manche Leute wissen wahre Eleganz einfach nicht zu schätzen. Ja, ganz besonders du. Sie bewegen sich auf dünnem Eis, mein Freund? Hey, nur Spaß, nur Spaß. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir meine nächste Folge weiter. Äh, ich befürchte nämlich, dass dieser Dialog zwischen, ähm, Randall, Robert und Alan noch ein bisschen gehen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo das noch hinführen wird. Alan! Tja. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, Däumchen hoch, äh, Kommentare und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Randalls Monday wieder. Bis dahin. Tschau! 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 Tschau!